Musik Verrückter Staffel erwartet. Ja, wir haben hier ganz verrückte Musik- und Musikvideos, verrückt. Verrückter Staffel ist wahrscheinlich eine der großartigsten YouTube-Kanäle. Wir sind ja Menschen, wir lassen uns nicht auf einen Kanal reduzieren. Was? Bitte? Achso, sieben. Sieben? Ne, sechs, oder? Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es sieben. Ja. Irgendwie so, und er dreht. Ist ja auch egal. Sie sagen es. Ja, wir haben es mit Ausziehen. Wir haben eine großartigste Musik-Kanäle. Stücke gemacht, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich weiß nicht, ob diese Kamera noch an ist. Jetzt hätte ich doch schon längst BIP gemacht. Nein, hatte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Weißt du, was mich so begeistert an einem verrückter Stoff? Dass man eine Scheiße machen kann und das mit drei Kameras filmen kann. Das ist einfach so viel Aufwand und Technik für so eine Scheiße. Ja, eine komplette Scheiße. Und das Witzige ist, die Leute gucken sich das nicht an. Wenn es anders wäre, wäre es ja noch cool. Ja. Auf das Sinnlose. Das gefährlich an einem Erdbeben ist, dass es oft auch Nachbeben gibt. Ja. 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 Ja.